Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Noel Nindig und ich hab heute nochmal, ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin nicht so gehypt wie sonst immer, aber ich muss euch wirklich, das ist ein Dankesvideo für die Leute, die sich überhaupt nur die Zeit nehmen, sich meine Videos anzuschauen, also das alleine, das finde ich schon cool und dann auch nochmal zu liken. Also da wirklich, der eine Ehrenberger, echt Respekt an dich vor allem und ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, ich mach grad mal zwei Tage YouTube, so zweieinhalb so und ich hab da halt schon so, ich mein da schon so, also dass ich schon zwei Abos hab, ist halt schon krass, so zwei Tage YouTube und man merkt halt schon wirklich, so, also wirklich, das machen die meisten YouTuber nicht, manche YouTuber bedanken sich nicht mal, natürlich machen's manche, aber die meisten nicht. Und bei mir ist es wirklich so, ich muss mich wirklich dafür bedanken, dass ihr wirklich für mich da seid, ich hab die Real Life Stories hochgeladen, ich hab die, ich hab die, ich hab auch normale Videos hochgeladen, so, so allein, dass man sich schon die Zeit dafür nimmt, und wie mein, manche YouTuber halt, die bedanken sich nicht mal. Und das allein finde ich schon traurig genug. Und ich will euch wirklich dafür danken, dass ihr euch überhaupt eine Zeit für mich nehmt, dass ich irgendwie ein 10-jähriges Kind bin, das die schlechtesten Videos vielleicht macht, oder gut, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ankommt. Und ja, wie gesagt, was soll man da halt machen, ne? Aber wie gesagt, ich danke euch dafür, ihr nehmt euch die Zeit für mich, ihr macht, ihr macht mir wirklich meinen Traum möglich, Leute. Also, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach nur danke. Ich weiß wirklich nicht. Zwei Abonnenten. Ein bisschen viele Aufrufe bei den Videos. Okay, sind jetzt nicht die meisten. Lass ein Like und ein Abo da. Und ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, ciao.